Mein Name ist Khaled Al-Bakri, mein Spitzname ist Kalo. Seit 2011 arbeite ich bei Work at Hair, Haare machen Leute. Meine Hobbys sind Fußball und ich gehe auch gerne ins Fitnessstudio. Die Qualität der Ausbildung und das Lob der Kunden. Wenn das Team und die Kunden meine Arbeit toll finden. Das ist für mich der beste Ausbildungsbetrieb. Auch nach der Ausbildung hier weiter arbeiten zu können. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020